Ja, bin ich komplett deiner Meinung. So, auf den Server. Drufter, dufter. Okay, und natürlich begrüße ich euch hiermit, ne? Und hoffe natürlich, dass bei euch alles im Lot ist. Nicht so wie bei mir. Jetzt kommen wir hier die Mitleidsschiene. Ein Like, ein Gesundheit. Jetzt kommt wieder die Mitleidsschiene. Ein Like, ein Gesundheit. Nee, das kommt nur bei Hertha Tutorial. Bei Sam. X9 übrigens. Hä? X9 übrigens. X9? Ja, ich würde mal in die Konfi schreiben, dass wir jetzt aufnehmen. Ach, stimmt ja. Ich habe mich noch nicht bewegt, also von daher habe ich nichts falsch gemacht. Ich auch nicht. Oder du machst, weiß ich nicht. Oder du machst, weiß ich nicht. Hä? Nö, ist in Ordnung. So, was wollten wir jetzt noch machen? Genau, wir wollen uns, glaube ich, in diesem Part. Richtung Spawn vielleicht? Nee, einfach in eine Richtung laben und dann hoch. Na gut. Dann sollten wir nochmal vorher überlegen, was genau wir hiervon jetzt noch alles brauchen. Also, ich habe diverse Schwerter. Sharpness 3, 1, 1, 1, 2, 1. Also, ich habe quasi, wenn man nicht zusammen machen würde, drei Sharpness 2, ein Sharpness 3-Schwert bei. Meine DIA-Sachen, fünf DIAs. Und so was, ne? So eine stoffige Stimme. Ja, total. Ich wusste gar nicht, dass ich Raucher bin, aber gut. Ja, du bist aber Säufer, deswegen. Nicht wirklich. Ich hatte zwar ein bisschen was getrunken, aber nicht so viel. Bisschen Bad ist lieb ausgedrückt, ne? Ja. Ja. Muss ich doch. Voll warst du. Aber richtig. Das kannst du ja zum Glück nicht beurteilen. Da haben wir schon wieder eine kleine positive Sache. Ich bin gerade echt im Überlegen, was genau ich jetzt alles noch verzaubern muss und was nicht und was wir noch jetzt alles mitnehmen sollten. Weil ich will jetzt ungern den ganzen Quatsch irgendwie hier lassen und dann wieder zurückrennen oder so, weil wir uns ja eigentlich nur in eine Richtung graben wollen. Hey! Komm schon. Level 1, wunderbar. Wow, Hilfe. Hier, warte mal. Du hast auch mit Sicherheit genug leveliert, oder? Nein. Doch. Ach doch, die sind schon verzaubert, dann ist gut. Ich dachte, die sollen jetzt noch verzaubern. Ich habe generell noch hier ein paar viele solche Schwerter. Gut. Was müssen wir als nächstes machen? Was? In der Server lag bei mir tierisch. Der lag bei dir? Ja. Also bei mir jetzt gerade nicht so unbedingt. Beim Verzaubern. Ja, geil. Ich habe jetzt... Ja. GG. Ich habe jetzt quasi... Acht Level verloren. Aha. Und habe nichts bekommen. Also ich hatte das gerade auch, dass ich zwei Sachen kombiniert habe und eine Sache im Amboss noch steckte, die andere halt im Inventar, aber als ich die dann so angekriegt habe, ist das andere auch wieder direkt verschwunden. Aber ich hatte das, was ich wollte. Ich habe jetzt gar nichts. Nur zwei Level wieder, wo ich vorher zehn hatte. Läuft. Macht Spaß auf jeden Fall. Ähm, gut. Wir brauchen eigentlich jetzt nicht wirklich viel. Das, was wir jetzt hier so noch haben, das können wir jetzt eigentlich direkt so mitnehmen. Und dann können wir uns einfach direkt rumgraben. Weil wir können uns jetzt eigentlich nur noch ein bisschen vorbereiten, dass jeder von uns genügend Spitzhacken hat. Hast du noch Holz? Ja, ich... Ja. Oh. Du ekelhaftes Sau. Weg damit. Ja, ich muss Platz machen für Spitzhacken. Ja, aber du musst den ganzen Quatschen direkt zu mir schauen. Ich habe doch extra da so einen kleinen Zeit. Ja, ich gehe schon, wenn du an der Workbench bist. Äh, so. Ich muss mal die ganze Scheiße noch mal kurz brennen. Äh, brauchen wir nicht. Das sollte reichen. Noch mal ein paar Fackeln und dann reicht das auch. Kohle können wir noch mal. Das muss ich immer da behalten. Gut, wir haben jetzt... Machen wir auch noch mal ein paar Fackeln, bitte. Aha. Noch ein paar Fackeln? Mach mir auch mal ein paar Fackeln, habe ich gesagt. Aha. Weil du ja das Holz hast. So. Bitteschön. Okay. Äh, das ist da rein. Das brauchen wir nämlich nicht. Ja, wir haben jetzt auch keine Fragen oder so vorbereitet. Ähm, also ich zumindest nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht direkt... Deshalb will ich eine Fackel verzaubern. Äh, ich wüsste jetzt auch nicht direkt, was man so für Fragen beantworten könnte. Muss ich ja jetzt gerade mal so spontan zugeben. Hat der Ludus denn irgendeine Idee? Natürlich nicht. Ja gut. Die Öfen könnten wir dann auch wieder mitnehmen. So, ich denke mal vier Öfen reichen, oder? Hm. Okay, dann mache ich daraus noch einen Kohleblock und dann langt es auch. Okay. Wir haben jetzt schon die ersten sechs Minuten damit verschwendet, hier rumzuhalten. So, ja, lass uns mal kurz gucken, was wir stacken können. Äh, also ich habe noch Gold und Eisen übrig, was man mir zuschmeißen könnte. Und... Wie viel Eisen hast du? Ich habe einen Stack und 15, äh, 79. Ja, 79. Dann nimm das noch, weil ich hatte mir noch nicht auch noch einen Stack da bei mir bei. Na gut. Das ist nice. Das ist sehr nice. Das gefällt mir. Diamanten kann ich, oder kannst du? Diamanten habe ich gerade dabei. Nimm du die noch. Äh, Kohlenblöcke kannst du mir zuwerfen, da habe ich 32 von. Wenn du noch einen hast. Ähm, ich habe 47, also bringt es nicht viel. Achso, dann müssen wir dazu. Äh, ja. Pfeiler hast du noch welche? Ne, Pfeiler habe ich gar keine. Ich habe nur halt Feder, Flint, Leder habe ich noch bei. Du hast Feder und... Schmeiß mal Feder und Flint zu. Dann kann ich mir daraus nämlich direkt mal kurz was machen, so. Okay, also von mir aus können wir jetzt, ich... Ich muss nur noch was verzaubern, ich zweifel dran, oder? Nö. Aber wir haben ja keinen Level mehr. So. Gut, wo sollen wir uns einfach hingraben? Ja, also ich komme von... Da. Wir müssen uns nach hier hingraben in die Richtung, weil da hinten ist nämlich dann andere Ende der Map. Okay. Dann gehst du, warte mal. Ja, hier ein bisschen. Ja, wir sollten ja schon ein bisschen darauf achten, dass wir vielleicht von Anfang an so ein kleines bisschen laufen schon. Ähm. Ich werde gleich hier vorne einfach irgendwie anfangen. Genau, anfangen wir ganz durch. Ich glaube, das war richtig, was ich gesagt hatte, ja. Hinter dir, Vorsicht. Ja, 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 ja. Ja! Monsterjäger. Was bist du denn für ein Barbo, Junge? Oh, guck mal, hier sind Levels. So. Ja, habe ich auch gesehen und hier ist auch direkt wieder so ein Schluchteingang. Äh, Schluchteingang, sag ich schon. So ein... ...Höhleneingang. Warte, ich habe jetzt schon wieder keinen Platz. Ah, egal. So. Den ganzen Quatsch brauche ich eh nicht. Dann glaub du dich mal da rein. Und ich gehöre mich hier neben dir rein. So ist gut. Ja, ähm... Vielleicht eine kleine Erklärung, dass meine Stimme so am Arsch ist. Das wäre, glaub ich, auch mal ganz geil. Und zwar war ich ja dieses Wochenende auf der Yukon. Und natürlich am Tag davor hat man sich schon mal... Eisen jetzt mitnehmen alles auch, aber ne? Ja, wenn ich dann kurz Platz machen kann. Äh, und am Tag davor natürlich so ein kleines bisschen gefeiert mit Kollegen. Und das war natürlich jetzt nicht unbedingt so geil, wenn man draußen in der Kälte steht und dann auch noch trinkt. Das ist eine Kombination, die führt zwangsläufig zu sowas. Und ja, jetzt geht's mir halt super. Mir geht's also, mir geht's bestens. So. Ich habe vorhin, dass du noch gesagt hast, mal schnell aufnehmen, mir geht's nicht so gut. Hä? Du hast vorhin noch gesagt, dass mal schnell aufnehmen, dann sind wir die Stimme wieder weg. Und wenn's dir doch gut geht? Ja. Genau. Aber manchmal verstehe ich dich ehrlich nicht. Verstehe ich mich auch nicht. Au. Warte, wir haben jetzt... Ich habe ja jetzt gerade noch mal eine Schlucht entdeckt, ne? Ja, du hast aber keinen Bock an die Schlucht zu rennen, dann findest du eh nix. Das ist aber auf derselben Höhe ungefähr. Also Gold hab ich hier jetzt gerade nochmal. Ich glaube einfach weiter, dann kannst du die da ja aufhalten. Ja, ja. Ich werde mich hier mal ganz kurz ein bisschen aufhalten und schauen, dass wir hier ein bisschen was finden. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo... Mach aber nicht den BM, ne? Dass du damit unseren ganzen Stuff da wegstirbst. Ne, ne, ne. Ich mach nicht den BM. Aber da hinten würde ich ja eigentlich schon gerne mal hin, mal eben kurz reinschnuppern. Deswegen gehe ich da mal ganz kurz hin. Ich werde wieder aufholen. So ist es ja nicht. Boah, dieses dämliche Brummen, das geht mir auf den Sack. Ja, ich schätze mal aber, dass es gerade wohl nur ein Anzeigefehler war von Minecraft. Ich glaube, ich habe jetzt nicht wieder fast 12 Level. Okay. Ja, das kann alles sein. Das ist das Problem. Na komm, die Spinnaugen brauchen wir jetzt noch nicht. Schmeiß ich weg. Sag mal, Spinne. Geht's dir noch gut? Ist ja eh keller. So. Wollte ich aber jetzt noch mal ganz kurz nach ganz unten. Da ist zwar noch ein Creeper irgendwo, aber da ist er ja. Okay, weg haben wir ihn. Wo kann's denn hier noch etwas geben? Wenn dann ja hier vorne. Aber ich glaube, das ist dann... Ja, da vorne ist schon wieder eine Schlucht, wo wir schon waren. Und auf der anderen Seite ging's auch noch mal ganz kurz irgendwo runter. Sag mal so. Die Möglichkeiten müssen wir eigentlich schon so ein kleines bisschen nutzen. Wenn da eventuell die Möglichkeit besteht, dass man da Dias finden kann, dann nehme ich diese auch wahr. Besonders im Moment, wo wir ja eigentlich noch... Wie viel Dias nur noch brauchen? Zwei Stück waren das, glaube ich. Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wie viele hast. Äh, 16. Müssten zwei Stück sein. Zehn, ja, zwei Stück genommen sind wir voll dir. Aber ohne das Schwert natürlich, ne? Jaja. Alter, das ist doch ekelhaft. Vier Creeper. Komm, explodiert doch alle. Wunderschön. So, aber ich bekomme wenigstens auch mein kleines bisschen Gold. Das ist auch ganz nice. Das können wir auch sehr gut gebrauchen. Denn dann können wir eventuell doch noch irgendwie ein OP-Goldapfel machen. Also, das könnte auch durchaus noch drin sein. Ja, wir haben jetzt 74, 84 Gold bisher. 85 Gold. Chillig, bist drin. Da ist nicht nur der OP-Goldapfel drin, sondern auch noch ein normaler Goldapfel, so für irgendjemanden. Vielleicht sogar jeweils zwei, ich weiß es nicht. Dann hoffe ich mal, dass ich gleich noch eventuell so ein, zwei Dias finde, dann bin ich glücklich. Dann kann ich mich auch hier eigentlich verpissen. Dann ist mir das auch egal, ob ich hier jetzt noch ein bisschen rumäumel. Weil das mit den Dias, das würde ich ja eigentlich schon gerne haben. Weil sonst haben wir ja diese zwei Dias da im Inventar rumschimmeln. Und, ne, letzten Endes auch nicht wirklich wird. Ne, da hast du recht. Da gebe ich dir recht. Wenigstens gibt der Ludus mir auch mal recht. Und das, meine liebe Freunde, das freut mich. Ludus approves. Ja. Ist doch nicht so gut wie Röder-Proves, aber... Ja, das ist zwar eindeutig wirklich nicht so gut, aber wenigstens kann man sich darauf schon was einbilden. Immerhin sind wir ja die Vertreter des Röder. Nach wie vor. Oh, übe mich doch. Wie tief geht denn diese scheiß Kohleköpkökken auch hier? Okay. Dann haben wir noch ein bisschen Eisen. Boah, jetzt ohne Witz, am liebsten würde ich ja eigentlich gar nicht aufnehmen wollen, aber ich hab voll Bock aufzunehmen. Das ist das Beschissene daran. Meine Stimme klingt zwar, als hätte man mir voll ins Maul geschissen, aber ansonsten... Ich wusste, du machst das. Ja, ist doch auch schön. Ja gut, es ist wenigstens warm, ne? Ja. Und wenn du mit einem Profi zusammenarbeitest, ich glaube, hier war schon jemand. Weiß ich nicht warum. Weil ich gerade in einen Teil einer Höhle gekommen bin. Uiuiui, ein kleiner Zombie. Ähm, weil ich gerade in einen Teil einer Höhle gekommen bin. Noch ein kleiner Zombie, wollte mich verarschen. Noch ein kleiner Zombie, wollte mich verarschen. Und hier auch schon Cobblestone und so weiter lag. Den hab ich auch gesehen, den Cobblestone, glaube ich. Also ich hab zumindest bei mir einen Cobblestone gesehen, aber noch keine Fackeln und so. Ich hab gerade so eine kleine Linie an Fackeln gemacht, damit ich mich wieder zurückfinde. Ja gut, ich laufe jetzt lieber zurück. Ich werde hier jetzt nicht weiter rumäumeln. Nicht, weil das hier eventuell voll mit irgendwelchen fremden Bakterien ist. Sondern, weil ich das Gefühl habe, hier nicht wirklich noch etwas finden zu können, da ja schon einiges an Fackeln und so weiter rumhängt. Äh, Fackeln, ne. Einiges an Cobblestone schon rumhängt, von anderen. Da möchte ich dann jetzt nicht unbedingt noch versuchen, da etwas zu finden. Diamanten. Eins, zwei, drei. Ja toll, jetzt habe ich ein Dia über. Ach ne, bin ich richtig. Damit kann ich nicht leben. Herr Lulus. Ja, da braucht man noch einen. Dann, dann so optional, optional dann ja noch zwei. Uiuiuiuiuiuiui. Optional dann noch zwei für Schwerter, die man dann mit Büchern verzaubern könnte, je nachdem. Ja, schon so ein kleines bisschen, ja. Wo bist du eigentlich gerade? Ich bin meinen Gang weitergegangen. Okay. Mein Stumpf geradeaus. Gibt es hier noch? Zieh vielleicht mal irgendwo Diaz. Okay, hier waren aber auch schon Leute. Ja gut, dann haben sie die Diaz übersehen, weil die waren nämlich in der Schlucht, wo anscheinend schon Leute waren. Weil hier ist nämlich überall Obsidian an. Jo, hier waren eindeutig Leute. Ich gehe mal wieder zurück in den Gang und dann, ich glaube einfach mal deinen Gang entlang. Ja, aber dann kommst du irgendwann in so eine Höhle, kannst dann direkt daneben anfangen. Ich habe dir schon angefangen zu werben. Okay, okay. Das Eisen lasse ich erstmal hier, das brauche ich jetzt gerade nicht. Da vorne. So. Die Frage ist, wo zur Hölle kam ich denn jetzt genau hier? Ich glaube von hier unten. Jo, von hier unten. Da muss ich eigentlich direkt hier hinten hin. Und hier müsste dann ja dein Gang irgendwo. Heilige Scheiße, Sarah. Ach nee, da hinten bist du ja. Mensch, Ludus. Ich habe die gefunden. Cool. Die Höhle hast du ausgekundschaftet? Zum Teil, ja. Aber ich habe jetzt keine Lust, da mich für ein bisschen Kohle oder Redstone da. Ich habe nichts Besonderes gesehen. Okay. Wir sollten jetzt aufhören aufzunehmen. Okay. Vom Server runter. Gut, Leute. Ich hoffe mal, dass das mit meiner Stimme kein großes Problem ist, denn die nächsten zwei Parts werden eben so sein. Und, ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.